Spritzwasserfreies Reinigen und Abbeizen im Innen- und Außenbereich Eine neue Beschichtung braucht immer einen sauberen und tragfähigen Untergrund. Nicht tragfähige Untergründe werden daher oft mit dem Hochdruckreiniger vorbehandelt. Mit schwerwiegenden Nachteilen. Abgelöste Farbschichten verunreinigen die Umgebung. Verunreinigtes Wasser versickert im Erdreich. Anbringen von Auffangrinnen und Gerüstschutzfolien, was sehr aufwendig ist und viel Zeit kostet. Mit der Storchhochdruckrake arbeiten Sie professionell und umweltgerecht bei allen Reinigungs- und Abheizarbeiten. Die Storchhochdruckrake erledigt Reinigungs- und Abheizarbeiten spritzwasserfrei im Außen- und Innenbereich. Ein an die Reinigungshaube angeschlossener Hochdruckreiniger treibt mit einem maximalen Druck von bis zu 200 Bar eine Rotationsdüse an, aus der ein kegelförmiger Wasserstrahl austritt, der den Untergrund gründlich reinigt. Alle vom Untergrund abgelösten Schmutz- und Farbpartikel werden in der Reinigungshaube aufgefangen und direkt in die Hochdruckrake gesaugt. Feststoffe werden mittels Filter vom Wasser getrennt. Eine Tauchpumpe pumpt das gefilterte Wasser automatisch in den Schmutzwasserkanal. Noch rationeller wird der Einsatz der Storchhochdruckrake mit umfangreichen Zubehör wie zum Beispiel die Großflächenreinigungshaube für viermal schnellere Reinigungs- und Abheizarbeiten. Die Bodenreinigungsvorrichtung zur Großflächenreinigungshaube zur rationellen und bequemen Reinigung von Böden. Die Gerüstlaufschiene zur Großflächenreinigungshaube für ermüdungsfreies und bedienerfreundliches Arbeiten an Fassadenflächen. Die Kleinflächenreinigungshaube für die rationelle Bearbeitung von schwer zugänglichen Stellen. Die Hotbox bis zu 40% schneller reinigen und abbeizen mit Heißwasser und nahezu mit jedem Kaltwasserhochdruckreiniger einzusetzen. Die Storchhochdruckrake 80 eignet sich optimal für folgende Einsatzgebiete. Hier sehen Sie in einer Übersicht die Leistung und den Nutzen der Storchhochdruckrake 80. Die wichtigsten Vorteile der Storchhochdruckrake 80. Spritzwasserfrei reinigen und abbeizen. Umweltgerecht. Rationell. Anwendungsfreundlich. Professionell. Den Vorsprung hole ich mir.